Hallo und herzlich willkommen zu So Geht. In diesem Video sind wir in der Elektrotechnik. Es geht um Gleichrichterschaltungen und wir wollen uns mal die Einpulseinwegschaltung oder auch kurz E1U anschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und gebt einen Daumen nach oben. Aber zum Video. Einpulseinwegschaltung E1U So sieht sie aus und das Schaltzeichen, wenn ihr das mal seht, dass dieses, ja, dieses bekannte klassische Röschenfassagen, hier so eine Wechselspannung, ein Wechselstrom, also ein sinusförmiger Verlauf als Eingang und hinten rauskommen sollte entweder eine Gleichspannung oder irgendwas Pulsierendes und in der Regel nennt man dann die Ausgangsspannung U2, die Eingangsspannung U1 und hier habe ich sie auch nochmal eingetragen, hier also das, was auch immer da angeschlossen wird. Ich habe es einfach mal in Widerstand genommen, die Spannung, die dann da drüber abfällt und hier die Spannung nach dem Transformator. Und diese Schaltung, die ihr jetzt hier seht, die nennt man eine Einwegschaltung. Daher schon mal hier oben der Begriff Einwegschaltung. Dummerweise ist das zweite Wort der erste Buchstabe. Also das E steht für Einwegschaltung. B für Brückenschaltung, dann habt ihr eine andere Schaltung. Ein Weg ist glaube ich klar, wir gehen hier über die Diode, dann über den Widerstand oder was auch immer, die Lampline, was wir auch immer da nutzen, was damit der Gleichspannung betrieben wird und zurück. Es gibt nur einen Weg. Das U können wir auch schon vorweg klären, das heißt ungesteuert. Es gibt also auch gesteuerte. Die werden dann nochmal anders unterteilt in C für vollständig gesteuert und H für teilgesteuert oder halbgesteuert. Also das kann man sich dann gut merken mit dem H. Okay, ganz kurz, ich will die Buchstaben hier jetzt nicht einblenden, aber wenn ich sie mal sehe, tatsächlich ist es so, dass jetzt auch eine Diode seit neuster Norm ein R kriegt. Also hier R1, R2 zum Beispiel oder R1 oder Rd für Diode und Rlast oder sowas. Habe ich hier aber ausgeblendet, darum geht es ja an der Stelle nicht. Wenn ihr ganz grundsätzlich so ein bisschen was über Dioden wissen wollt, weil ich rede ja gleich von Sperrrichtung und Durchlassrichtung und sowas alles, packe ich das Video mal hier oben rein, schaut da gerne vorweg. Und ja, wir wollen uns jetzt so ein bisschen mal anschauen, was da eben jetzt genau passiert. Die E1U, also diese Einwegsteuerung, nein Einwegschaltung, die wird in der Praxis nahezu wahrscheinlich gar nicht genutzt. Sie ist aber ganz hervorragend, um grundsätzlich ins Thema einzusteigen. Also die Brückenscheitung B2U ist wahrscheinlich deutlich häufiger und ich denke auch, dass die häufig genutzt ist. Okay, schauen wir uns das mal an. Hier vorne seht ihr ja Wechselspannung, das heißt am Eingang habe ich eine Wechselspannung, das habe ich hier auch. U1 und hier läuft die Zeit, also hier ist es früher als da, wenn man es als Funktionen schreibt, bin ich auch noch Mathelehrer, wundert euch da oben nicht, das ist eine Abhängigkeit von T. So, das müsst ihr als Elektroniker vielleicht gar nicht schreiben. Hier oben ist U1, ich habe auch keine Höhe oder sowas genommen, wir gehen ja vom idealen Fall aus. Und am Ausgang kommt jetzt eben genau das raus. Und dann denken wir sich als erstes so, was, das ist doch keine Gleichspannung. Das müssen wir mal ganz kurz klären, das ist nämlich tatsächlich eine. Eine Wechselspannung, die geht hier nicht nur bis zum Nullpunkt, sondern drüber hinaus. Die wechselt quasi ihre, ich sage mal, Polarität. Wir gucken uns das gleich auch nochmal genau an, Fall für Fall. Und das macht die hier nicht, die bleibt immer im Positiven. Auch wenn sie mal Null wird, sie bleibt im Positiven. Das ist die Definition davon. Also, ich packe vielleicht nochmal das Video mit den Spannungsarten hier oben rein. Das ist tatsächlich jetzt eine Gleichspannung, auch wenn es natürlich keine tolle ist. Also, da wehrt sich das Gehirn gerne mal gegen. Okay, und jetzt gucken wir uns mal Fall für Fall an, was jetzt eigentlich passiert. Also, der erste Fall. Und ihr seht, ich habe hier eine Halbwelle und die ist jetzt ja nur im Positiven am Anfang. Hier ist Null, die ist nur im Positiven. Das heißt, jetzt passiert hier folgendes. Wenn die so rum anliegt, habe ich hier ein positiveres Potenzial als hier unten. Also, eine positiver Spannung als hier unten. Das heißt, für die Diode, die kann, wenn hier etwas Positiveres anliegt als da, deswegen ist auch der Pfizer ein bisschen nach da, es geht als Eselsbrücke ganz schön, dann ist sie in der sogenannten Durchlassrichtung. Und verhält sich so quasi im Idealfall, als wäre sie gar nicht da. Deswegen ist hier Fall 1. Auch tatsächlich, diese Welle wird einfach durchgelassen. Da wird nichts mitgemacht. In Wirklichkeit hat sie natürlich noch mit 0,7 Volt so eine Spannung, wo man das mal drüber muss. Also, das ist hier alles idealisiert dargestellt. Aber so kann man sich das ganz gut vorstellen. Hier, die macht gar nichts. Die positive Halbwelle fällt hier ab. Das ist hier natürlich dasselbe. Deswegen ist es ja hier nochmal. Ich habe jetzt aber nicht da nochmal eine 1 und da nochmal eine 1 reingemacht. Und wenn jetzt immer das so wäre, hier immer Plus und hier immer Minus, dann wäre es eine Gleichspannung. Ist natürlich nicht so. So, und jetzt kommt ja die negative Halbwelle, Fall 2. Und ihr seht, dann ist hier oben ein negativeres Potential als hier unten oder hier ein positiveres als da. Und in diesem Fall, wenn das hier negativer ist als das Plus, was jetzt hier natürlich auch ist, dann ist sie in der sogenannten Sperrrichtung und sperrt diese untere Welle. Deswegen ist hier nichts. Also, der blaue Strich, den müsst ihr euch jetzt hier auf diese Achse weiter vorstellen. Okay, jetzt sieht man es hier auch ganz gut. Und dann können wir uns auch gleich die 1 erklären. Sie nutzt quasi nur einen Puls. Von der ursprünglichen Wechselschaltung nutzt sie nur die positive Halbwelle. Deshalb ein Puls. Eine Brückenschaltung, deswegen eine Brückenschaltung auch B2U, nutzt ja auch die negative Halbwelle. Wenn das Video fertig ist, packe ich das gerne mal hier oben rein. Das gibt es von dem Zeitpunkt noch nicht. Das nutzt ihr nämlich beide Pulse. Und zwar mit einer Brückenschaltung. Und deswegen kann man diese Buchstabenkonstellation immer ganz gut sich so ein bisschen herleihen. Und, tja, jetzt wird es, sie ist nicht sonderlich effektiv. Das muss man einfach ganz klar sagen. Klar, wenn ich mir das jetzt angucke, hier ist gar nichts, hier ist wieder was. Dann habe ich tatsächlich das, ja, so ein bisschen den Funfact. Die ideale Leerlaufspannung oder die Leerlaufgleichspannung, muss man sogar sagen. Die heißt UDI. Also was hier hinten effektiv rauskommt, das ist gerade mal 0,45 mal das, was ich hier vorne reinstecke. Also weniger als die Hälfte von dem Effektivwert hier, habe ich nachher da als Effektivwert. Zum Thema Effektivwert und sowas packe ich das Video auch nochmal hier oben rein. Also ihr seht, nicht sonderlich toll für die Praxis, aber ich finde immer ideal, um den Einstieg in die Gleichrichterschaltung zu machen. Und da werden ja auch noch andere Videos kommen, also Brückenschaltung und sowas alles. Und weitere Videos zum Thema, die findet ihr jetzt hier.